wenn ich nach diesen Blocken kaputt ich mache weiter ich habe drauf Mann Mann es wird die Leiter kommt den Block und die Leiter drauf erzhaft das war es recht ist etwas zu tun René ich verzweifle gerade wir müssen eine Verzweiflung in den Ausdruck was kaputt er das ist der Ausdruck du hast mich zweimal geschlagen ist so in mir ich habe sie ja genau ich genau ich habe ich habe geschlagen genau wenn ich geschlagen hätte das ist 30 Meter weit geflogen ich bin der Halle Gott, ich wollte gerade den Floh schlagen. Danke. Nein, ich hätte es geschafft, passiere. Ich hätte es geschafft, das wäre meine Worte. Ich habe dich jetzt gar nicht geschlagen. Boah, endlich. Ich hätte es nicht gut, ey. Boah, Flores. Everybody looks together. Ich glaube, wir sind voll speed gegen die Wand. Everybody looks together. Ja, komm. Ja, Mann. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ja, Mann. Ja, nein. Alter. Der Springer, der Springer, der Springer, der Springer, der Springer, der Springer, der Springer. Man, ich habe versucht, doch nicht mehr, ihn zu schlagen. Boah, Gott, Gott. Boah, Gott, das war meine Konstellation gestört, denn ich habe auch. Nein, 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 alles ist vorbei, ey. Wieso kann man nicht ganz einfach an der Leiter hängen bleiben? Wieso ist es nicht? Ja. Das schlimmste ist echt der Springer. Wieso kann man nicht, wenn man Schifftrück einfach direkt an der Leiter, sondern richtig. Behindert hat sich mal, er hat die Zunge gefragt, seine richtigen Notbremse. Weil, wenn man Schifftrück sollte man sofort stoppen und man gleitet doch mit in Re-Life nicht so drüber, die. Wenn man sich festhält, dann hält man sich da fest und gleitet nicht noch irgendwie fünf Kilometer weiter. Ist so. Warum können nicht aber zwei Leitern hintereinander sein? Weil er nur ein Block ist. Nein, soll er zwei Blöcke hin? Kann es ja machen. Nein, darf ich nicht. Das war die beste Idee. Ja, das war die beste Idee. Pfff, ich hab überhaupt nicht verschissen. Ich krieg mir nicht mehr ein. Das war ja so sch... Das war jetzt echt schlecht drin, ne? Bis in die Feststellung hast du gesagt. Ey! Schnell, bloß spring, ich halte ihn in Schacht. Ich hab mich schon runterge... Egal, spring! Das ist mir ja nur im Schluss, ey! Boah, wenn du's nicht kannst, dann geh nach Hause. Ich war drauf! Mann! Boah, mach mal die Oschi weg, ey! Ey! Ich kann nicht mehr. Ja, dann mach irgendwas anderes außer uns zu schlagen. Tief, muss ich mal so langsam nachher. Ja, wenn du mich nach runter schlägst... Boah, wieso schlägst du mich? Sorry. Ich... Ach, das doch! Ich stell mich jetzt in die Ecke, ey! Ich hab mir auch ne Ecke gestellt. Nein! Brauchst meine Finger tun weh. Ey, diese Scheiß... Kann ja, meine kalte Pizza essen. Diese glitschige Scheißleiter, ne? Glitschig könnte auch meine Pizza beschreiben. Oh Gott. Hm, mit Pilzen und Schinken. Hm, kalte Pilze. Hm, kalter... Kalter... Kalter Schinken, genau. Kalter Käse. Und kalter... Kalter... Kalter gebackener Käse. Geschmolzen. Nein, das wurde gebacken. Ne Pizza backen. Ja, aber der Käse schmilzt. Ja, aber er wird ja gebacken und dann schmilzt er. Ja, also hab ich keinen Fehler gemacht. Yeah! Boah, jetzt kommt dieser Höhlen-Sound. Boah, die richtige Stimmung hier. Irgendwie ist bei den Laps dazu die Dingern die Stimmung voll im Keller. Ach. Bist du aber jeder... Ja, komm! Ha! Papa, sie bewegt dich! Ich kicke dich jetzt ins Wasser und dann ertrinkst du. Hä? Ich bin hier auf dem Block. Lol. Ey. Das ist frischig. Das war für den Hieb. Wiss ich war drauf! Boah, ich weiß jetzt wie! Ich weiß jetzt wie, boah. Ja, weiß ich nicht. Haha! Ich hab die Folge Durchblick. Ja, auf, sie bitte! Ich will nur gucken, ob du die Tast... Wie, Flo, wie? Guck mal, was hier? Und dann... Warte, das hat grad voll gut funktioniert, ey. Zweimal hintereinander. Das ist doch kein Zufall. Das kann doch kein Zufall sein. Das kann doch... Vielleicht mehr. Das war kein Zufall. Das war kein Zufall. Das war Zufall. Boah, ich so voll rietrussisch auch. Boah, René, auch auf. Ich bring da drauf. Nee, du. Ich gehe. Nee, ich renne. Nein! Nee, du bist dran. Los, ihr schafft das. Nee, geh du mal da. Ich hab' ne andere... Du bist dran. Ich will was anderes versuchen. Ein Dr. Schaff, René. Was versucht der jetzt? Ernsthaft? Das ist... Das ist... Das ist... Ich wollte hier... Ich hab' das... Ich hab' das... Das klappt erst schon von vorne, hinten nicht. Das sind... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Blöcke, Sprung. Ist doch machbar, oder? Ja, und dann noch ein Hör, glaube ich. Ja, kein Hör mehr. Oh. Sehr wohl ein Tiefer. Ist machbar. Ja, nein. Will ich jetzt immer versuchen, René. Ja. Ja. Ach Gott, ey. Ja, 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 ja. Oh Gott. Hast du mal den Sprung versucht, Pazzi? Ah, 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 ah. Pazzi kriegt sich nicht mehr ein. Voll die Behind-Action. Pazzi, auf zu schlagen. Ich spring jetzt. Was? Flo, los. Wie in die Ecke schreit das ganz ordentlich? Die sind leider. Wie du rutschst mal da ab? Ich wär' da drauf. Ich... Ich hab' sogar gespürt, wie ich... Nein, 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 nein. Du hab'n geschlagen. Mann, pass' ich auch an deiner... Okay, ich hock mich jetzt in die Ecke und schäme mich. Das ist mir doch egal, was du machst. Das sieht aus, als wenn du kackst. Na. Du siehst aus, als wenn du kackst. Du siehst wie Kakao. Nein, du siehst wie Kotze aus. Boah, pass' ich auch mit deinen schlechten Sprüchen. Ja, guck' du mal so ein Kind an. Im echt. Im echt. Im echt. Im echt. Im echt. Ja, warte ich holen. Ma, diese Kackleiter, wer hat's alle draufgeschmiert? Das ist doch scheiße. Wer ist auf diese Scheiße gekommen, ey? Das hast du schon voll oft gesagt. Ja. Ja. Ja, es ist so ziemlich kackier. Ja, danke. Ja, die Fresse. Ich geh mir ja trinken, ey. Das hast du auch voll oft gesagt. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Doch, doch. Zwischen öfters mal hat er gesagt, ich geh mich jetzt ertrinken. Irgendwie nicht. Doch. Na. Hau rein, Welt. Ach, Arschloch. Es war ne gute Idee, pass' ich auch da reinzuspringen. Es war ne gute Idee, pass' ich auch da reinzuspringen. Weil ich wenn dann die Liebe schwächer war. Boah, Mann, Alter, leck mich! Ich bin nicht tot! Das wollen wir ja. Nein, der Kriegler. Ich sagte, wer jetzt gestorben. Ja, ich brauche so. Mann, ich kann nicht mehr. Loll, aber um die. Ich bin ja lange nicht mehr passiert. Ja! Aua! Was hat das für den Ghetto-Action hier? Du kacke! Mann, ich hab' aber noch mal zum dritten. Äh, ja klar. Der Joint rein und ich kann ihn nicht schlagen. Geht doch mal da weg, ihr fetten Säcke! Ja! Ja! René läuft rück! Ja! 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 Oh Gott! Boah! Was soll das denn? Ja! Ey! Hä? Hier dran! Oh Gott! Bob Florian, pack' das, Bitch! Ich bin gar nicht um die Kurve gekommen! Ey, das ist doch die übelste Scheiße! Ey! Ich war jetzt nur hier auf dem Block und dann, der nächste Sprung ist auch schwer. Tschüss and Rolo! Du gehst aus, du gehst aus, du gehst aus, du gehst aus, du gehst aus. Oh! Biss denn langweilig, ne? Ne, echt! Doch voll spaßig! Es soll ja sein, dass wir alle abbrechen, aber das ist, alle zusammen, die die Abbrechner war. Das wird ja keinen Sinn ergeben. Was, was noch nicht passiert ist? Dass zwei Stück abgebrochen haben? Das ist noch nicht passiert. Ist auch besser so, glaube ich. Wir schämen dich in der Ecke aber nicht an dem Block. Ich kann nicht mehr, ey. Ich kann nicht mehr warten. Dann steh. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig. Diese rutschige Leiter, das gibt es oft, sag ich wäre schon dreißig Mal da drauf gekommen. Boah, die Kacke! Ich hasse die Leiter, ne? Ich hasse alles hier in dieser Scheiße. Ey! Ja! All jumps are possible! Fick dich! Ich hasse alles hier in dieser Scheiße! Ey! Ja! All jumps are possible! Fick dich! Wir spielen in Walk Piraten-Jazz! Wir spielen in Walk Piraten-Jazz! Wir haben ein Messer und eine Karte zum Schatz! Nord, Süd, Ost und West. Unsere Titus sind die besten. Osterländen, der hat keins. Wir tanzen Twiss mit Monstern! Ist das nicht... Ist das nicht... Ist das nicht... Ist das nicht... Woher hast du das? Ich werde helfen! Und rocken ab, wenn wir uns verziehen! Was machst du da fix? Dann bumst du die Wand auf! So, sie... Passe! Mach, René! Du bist doch dumm! Wieso bist du nicht gesprungen? Komm! Sprich! Alter! Nein! René! Du hast mich runtergeschlagen! Oh mein... Du packst das jetzt nicht! Im Ernst, Junge! Du brauchst sieben Jahre für einen Sprung, den du eh verkackst! Also... Voll die schlechte Leistung! Na, na, na! Siehst du! Na, haze danta! Das ist kein Wort! Wolle, na fai! Ich hab voll Bock auf Chips! Boah! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Arigato! Es heißt die Sorge! Also... Ich... Ich... Ich würde den Tipp geben, dass wir nach Hause machen! Ich würde den Tipp geben, dass wir diesen Scheiß übersprechen! Konnichiwa! Es heißt die Sorge! Komm, einer voll! Ich muss doch den Sprung schaffen! Sauber! Lass dich schon den Passi! Sauber! Ja! Ha! Sauber! Oh Gott! Ich schaff den dritten nicht! Der ist... Ich hab den jetzt zweimal geschafft! Insgesamt! Das ist voll einfach! Was hast du auch gesagt? Ich schaff den zweiten nicht! Den schaff ich ja auch nie! Und wenn ich den da mal sch... Scheiße! Mann! Das ist nicht da! Das ist auch mein Wort! Ja, mir geht die Worte langsam auf! Das heißt die... Nein! Wieso schaff mir das so? Ja! Komm, okay! Geh du! Sprich! Diesmal fängst du an! Ist so! Weil du gerade so lange gebraucht hast! Fast! Ja! Ich hab' auch... Sehr gut! Pasé! Halt einfach deinen Maul! Malik Hand dran nicht! Du kannst es nicht erlauben irgendeinen sarkastischen Ton bei einem von uns beiden anzugeben! Weil du den zweiten Sprung erst einmal oder gar nicht! Pasé! Geschafft hast! Weißegal! Ich sag das trotzdem! Kannst du den nicht erlauben! Mach' ja aber trotzdem! Ich kann ihn auch wieder blockieren! Oh! 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 Was denn? Irgendwie schon! Ja! Nein! Ja! Ja! Hey man! Okay! Jetzt du aber! Ja! Komm Florian komm! Sauber! Ja! Sauber! Wohin? Was?! Ich hab' doch gesagt an die hier jetzt! Papa! Willst du mich verarschen? Einmal hab' ich das hier angeschafft! Einmal! Ja ich werd's nie schaffen! Altersassi! Nein! Ich hang da oben dran! Ich hang da ganz oben dran! Dauer! Entschuldigung! Koma! René! Ich und Florian waren beide jetzt hier und Florian hat sogar noch weiter geschafft während du den zweiten Sprung noch nicht einmal gemacht hast! René! Ich hab' ich da noch verschießen! Dass ich mich schlecht leise! Ich hab' ich einfach nicht! Du bist einfach nicht! Du bist einfach nur! 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 Ihre Witze hier! Floh wieviel Anlaufwizzen noch? Oh schaffst es nicht! Vielen Dank.